Herzlichen Dank für eure Unterstützung, die Gemeinschaftspraxis am Buchenweg. Video Wall Dürren, seit dem dritten Rennen schon dabei. Video Wall Dürren, herzlichen Dank. Kremer und Sohn, auch ein Karosseriebauer, wie uns schwer zu erkennen. Super, ente Kremer und Sohn. Und tschüss, tanken Sie bei der richtigen Tankstelle, Markant. Und tschüss, Markant in Dürren, herzlichen Dank. Die Stadtwerke Dürren, die mehrfach mit dem Ditzig gekämpft haben, herzlichen Dank. Wo ist der Jürgen, Jürgen Schulz, herzlichen Dank. Stadtwerke Dürren mit zwei Rädern, Obst- und Gemüsebau Langen, wunderbare Ente, Obst- und Gemüsebau, herzlichen Dank. Karosseriebau Müller, zweite Ente, Ebenführer, Dürzenich, herzlichen Dank. Die Reisadler-Apotheke, herzlichen Dank. Auch aus Dürren-Bürkesdorf, die Reisadler-Apotheke. Hombach und Schäfer, Dachdecker in Dürren, mittlerweile bekannte Adresse. Hombach und Schäfer, herzlichen Dank. Die zweite Ente, Bernd-Mischelz. Karosseriebauer, herzlichen Dank, Bernd-Mischelz. Kinderheiser, Josef, zweite Sponsor, Ente, herzlichen Dank. Tafelservice, Essen und Speisen, Thomas Wernecke, ein Geheimtipp in Dürren. Thomas Wernecke, herzlichen Dank. Sozietät Prinz, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Sozietät Prinz, herzlichen Dank, Herr Prinz. Sie sehen, Sie sind in der Kirche in Vosnach. Dr. Uwe Fandor, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Dr. Fandor. Jürgen Roggen, Elektromeisterbetrieb. Jürgen Roggen, herzlichen Dank mit der Nummer 5. Jochen und Ina Schöller, herzlichen Dank, Frau Schöller. Seit Jahren unterstützen Sie uns. Die Firma Zeitlos, auch eine wunderbare Ente. Die Zeitlos, man sieht es, Frau Ina Edel, herzlichen Dank. Jubelier Assos, genauso schön seit Jahren dabei. Jubelier Assos, herzlichen Dank. Dr. Forsat, lieber Hendrik. Lieber Hendrik, Dr. Forsat, machen heute wieder Endsparty. Dr. Forsat, herzlichen Dank. Wir kommen gegen Ende. MCC-Seminare, Hartmut Löw, MCC-Seminare. Herzlichen Dank, lieber Hartmut. Oh, die Verdi-Ente, als Teufelchen verkleidet. Die haben gerade die Wahlen in Düren gewonnen. Herzlichen Dank. Nolden und Schlepfütz. Schlaggast. Ja, es scheint Schlaggast drin zu sein. Nolden und Schlepfütz, wir haben wunderbare Beziehungen dorthin. Herzlichen Dank. Dann haben wir noch die Ente, wunderbar, hier bestückt mit kleinen Männchen und so weiter. Die haben unsere Internetseite gestaltet. Herr Krupa, da hinten steht er, der mit dem langen grauen Haar auch erst älter geworden. Herzlichen Dank, Herr Krupa. Automobile Jakobs, Düren, herzlichen Dank. Ein Begriff in Düren, Automobile Jakobs. Die Firma Gewatek, Zula und Georgios. Ah, da wisst ihr ja, die Firma Gewatek. Herzlichen Dank aus Düren, Werken. Und unsere Freunde Peter und Petra Becker, Reprotec Düren. Auch dorthin herzlichen Dank. Die Stadtwerke mit Nummer 2, ein ganz wildes Gespann, Sadomaso, Jürgen, du, da kriegst du Ärger mit dem Chef, wenn der die sieht. Demis und Kipp, auch eine wunderbare Ente unserer Schaustellerfreunde, die uns sehr unterstützen. Lieber Rainer Leonhard, ich wünsche dir weiter eine gute Pension und Rente. Die Nummer 513, die Kanzlei Buschbäll und Kollegen. Herzlichen Dank, 513 Buschbäll und Kollegen, ungeschlagen bei Verkehrssachen und so weiter. Heidmann und Scheider, die Nummer 585, Piratenente. Herzlichen Dank, Heidmann und Scheider. Der Wellenflug, auch mit dabei, die Firma Eberhard, honoriert ist auf der Kirmes, der Wellenflug. Das geht weiter hier auch, die nächste Schaustellerente, die allerletzte, die Wellenflug-Familie in Düren. Das ist jetzt Reinhards Frisier-Eck, der ist doch mein Friseur. Reinhards Frisier-Eck, sein Friseur, also sieht ganz gut aus, ist auch echt, praktisch quadratisch gut geschnitten. Wie ein Reinhards Frisier-Eck. Reinhards Frisier-Eck, in Düren-Birkesdorf. Edeca Prinz Frischemarkt in Kreuzau. Edeca Prinz Frischemarkt in Kreuzau. Auch nach Kreuzau, herzlichen Dank. Gestaltet wie eine Reziente. Herzlichen Dank, Edeca Prinz in Kreuzau. So. So. Vielen Dank. Ja. Was? Kann ich einer nehmen? Der ist schon jung. Das versucht man... ... ein Bötchen. Ein Bötchen oben drauf für den Hans dann. Ich glaube dir noch... Immer. Immer. Ich kann gerade nicht. Danke schön. Wir sind wieder auf Senkung, Hans-Noor, Beate, Steiger-Noor, Elton Superlitz, Stadeguss, wie die Katova, alles im Einsatz, um den Start zu garantieren. Hans-Noor lässt gerade das gesamte Startelfeld ins Wasser. Präzisionsarbeit wie jedes Jahr. 351 Ständen gehen an den Start und schwimmen natürlich jetzt um den Sieg. Wunderbar, die Feuerwehr der Erichsweiler mit am Start zur Unterstützung. So, Thomas Kunzer gibt das Zeichen, dass er fertig ist. So und, Thomas, das war der Startschuss. Alle Ängsten gehen ins Wasser und auf die Reise. So und, Thomas, die sind hier vorne. Manche Kippen oben und sie bleiben hier schon hängen. Oh ja, ja, ja. Wo sie gesagt haben, wo sie den finden? Ja! Sieht sie? Ja, die kommt jetzt hier vorne. Die ist sehr freund. Komm, wir gucken mal. Komm mal zu mir, Schatz. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal, guck mal. Die ist die Ente schon. Die ist unsere. Die ist schon. Das ist uns hier, Papi. Ja, die ist ganz vorne. Papa, uns ist ganz vorne. Hallo! 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 Die ist unsere Seen. Aber ich schiebe jetzt alle rein. Ich sehe uns, immer noch da, nicht? Ach, da hinten ist sie. Mittendrin, finde ich. Mittendrin. Mittendrin. Ich hab sie gesehen. Ganz hinten mittendrin. Die schwimmt rückwacht. Oh, Jesus! So, dann komm, dann gehen wir jetzt mal weiter. Mama, ich komme nicht mehr raus. Weiterhin noch erkennen, Fahrradgute schiebt sich unaufhaltsam nach vorne in die Spitzenposition Fahrradgute. Hier sehe ich gerade meine nette Kollegin Frau Paulus. Herzlich willkommen Frau Paulus. So, wir sind kurz vor dem Zieleinlauf. Es ist Wahnsinn, was hier alle weg los ist. Die Zuschauer sind begeistert. Und wir sehen, dass nicht so langsam eine rechte Struppe hier herauskristallisiert. Wahrscheinlich liegt das Einrichtunghaus. Es ist wahnsinnig schlau. Und wir sehen, dass wir jetzt auch das Finale zu. Und wir sehen, dass wir nicht so langsam eine rechte Stelle zu lassen. Und wir sehen, dass wir nicht so langsam eine rechte Stimme haben. Das ist das so. Grüß euch und alle Händen, Freunde, ich bin berühmt, es grüß euch ganz herzlich alle Mitglieder des Freislaufs-Büro und das ist mir selbst auf eure Unterstützung angewiesen. Herzlich, dann darf ich euch ein bisschen Spaß am heutigen Tag. So, wir kommen langsam in den Ziel. 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 Die Kirche ist in der Nähe des Kirchhochstens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017